Eeeh Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2 Multiplayer Modus mit Patrick Und mit Marvin Der Batminton Spieler No 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 homo, Junge, no homo Deine Mutter ist no homo No homo YOLO, but no homo Tutorial Tutorial Tut dumm Ich repräsentiere das Taxifahren und das nicht, also den Waffen am Axi wandern im Taxi Dankeee Das ist ein Scherz gerade Warum ständig? Ich hab zwei mitgenommen Ich hab jetzt auch zwei, aber die sind trotzdem nicht gestorben Lack Alter, wie schießt er? Alter Eingangsmagazin 1,83 Unresiert Eeeh 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 Hat er dich noch gekillt? Eeeh 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 Er war voll nicht sichtbar für mich Voll unsichtbar Voll unsichtbar Morgen werde ich mir dann Counter-Strike mal geben, mal gucken wie gut ich da noch bin Nicht mehr so gut Ja, ich glaub ich auch nicht Es ist immer so, wenn du jemanden lange nicht gespielt hast, dann bist du immer sofort kacke Jo Alter Ehm Boah, da sind viele Alter, Alter Der eine Typ lekt das Bild, ey Oh ja Vielleicht machst du jetzt Musik an, hier willst du dich verarschen Du weißt schon, das ist einfach Fick dich, mach aus Wurde dich verarschen Mach aus Das darf ich da nicht hochladen, du Vollidiot Das ist nicht mein eigener Content, du Spasti Oh, dumm alter Student Ich reagier jetzt einfach gar nicht mehr Alter, du würdest dich verarschen Patrick Patrick Du bist doch feindlicher Hunter Killer drohne unterwegs Bau, au Dann würdest du dich verarschen, die Aufnahme läuft und du machst hier spastische Musik an, oder was? Bau, au Oh, Alter Das war Absicht, Junge Na, sag bloß Die sind vollidiotisch Gäbst du die GEMA später, oder was? Nee, die GEMA bestimmt nicht, als wenn da irgendjemand bei der GEMA wäre auf dem VT Deine Mutter ist bei der GEMA Ja, deine Mutter ist auch bei der, bei der Spasten AG Deine Mutter ist bei der Lesben GEMA Ja Also ich konnte nicht Alter Das ist ein Scherz Das ist ein Scherz Das ist ein Scherz Das ist ein Scherz Doch Doch Nee Auf jeden Fall Fick dich einfach mal Wenn du ein guter Spieler wärst, würdest du Kills machen, aber du machst keine Nein, hab ich null Kills, nur Ja, wie viele Kids hast du? Was für Assisten? Neun Und Debs Einen Ja, bestimmt Scheiße Hm, sei doch mal so gut wie ich, du Homo Na gut, ist relativ, aber okay, besser als du Jolo, but no home, oh Junge Boah, der war gut, ja Meine Phrase Meine Phrase, ich bin Marvin, ich spreche ein bisschen so, weil ich ein Spasti bin Oh Ah, ich meine Es lässt sich echt gut spielen, ich hab die Waffe noch gar nicht so gespielt, wie ich es hier jetzt spiele, aber Nice Nice Noum, nach, 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 nach Hotline Meine appointment Ah, Rad Alma nachkommt dann zweiter nein yo lo but no home wir waschen nach vorbein verteidige Verteidige, los Los Oh, da hat er einen Todbringer Ja sicher Rotz dich da mal einfach voll rein Scheiß drauf Oh, lieber Marvin Ich finde die Bitch ein bisschen behindert Deine Mama ist so fett, sie schwitzt zwischen den Fingern Ich bin so... 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 Soll ich dazu noch? Sind da alle? Noch keine Antwort Patrick ist echt so frustriert Deine Mutter ist frustriert, Junge Oh, lieber Mia, ich finde die Bitch ein bisschen behindert Deine Mama ist so fett, sie schwitzt zwischen den Fingern Nein, hab ich Zwei Ah, fick dich Oh, ich bin Patrick Hoch, ich war verloren wegen euch Also ich bin ja... Ach wow, dann bin ich eigentlich der Einzige, der spielen kann hier Ja, guck mal den KD an Was ist los? 22,8 und so Gar nicht mehr so schlecht Guck ihn dir an Hab ich nen Cheetah Visier? Wenigstens spiel ich dich mit Cheetah Visier, das musst du mir immer zugute halten Ja, das halte ich jedem zugute, der es nicht tut Das ist schwach Cheetah Visier ist schlecht Wieder des Benutzes, ein Mongo Oh, dann sag ich danke fürs Zugucken Oder? Er hat gesagt, dass wir zu Ende machen Nein, das ist zu kurz Seh ich nicht ein Seh ich nicht ein, ich bin Marvin Ja, ne, ich hab erst gestartet, wo wir schon im Spiel waren Deswegen, das ist dann ein bisschen sehr kurz Sehr kurz Sehr kurz Sehr kurz Freulich, gleich können wir spielen Ganz ruhig Ganz ruhig Nehmen wir dann später bis 12 wieder auf Mal gucken Mal gucken Was heißt das denn bitte? Was heißt das denn? Was heißt das denn? Betone Ein Satz so schlecht wie es nun geht Was heißt das denn? Aber Betone Hallo Hier spricht Dein Freund Und 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 All Und 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 Dann habe ich dich gesehen wie du mit deinem kleinen Mädchen Keine Ahnung Mit meinem kleinen Mädchen What the fuck Wirf dich hin, du kriegst mich niemals Als kriegst du mich Auf die Weine Alter Wie kann man so homo sein Jetzt mal ohne No homo Homo Verpisst euch Verpisst euch Yolo but no homo Junge Your mother but no other Hahahaha Volltreffer Hahahaha Hahahaha Wir supporten Und das Yolo business Ich meine Ich bei Swipe Supportet er noch nicht Oder? Alter Dann hätte ich dir jetzt gern weggesnackt Nein, 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 nein Alter, spielst du gerade ganz gut eigentlich Ne? Oder nicht so? Ne? Nicht so Patrick, nicht so Nicht so Patrick Geben Drohnen, wie willst du dich? Ja, meine Meine Drohnen Natürlich hat der einen Cheater wie sie Und natürlich trifft er mich Natürlich bin ich tot Ja, natürlich Aber natürlich Jetzt guckelt's bei mir vor irgendwie Nein, ich hab's von den Händen Na sicher, ey Fickt er euch Alter, guckt euch diesen Nosekiller mit diesem Scheiß Guckt's bei dir auch grad zu krass? Nö, gar nicht Weg mit dir War da lange nicht so befreit aufgespielt, Junge Mann, nice Er ist erledigt Stimme ich so rein mit der Schrotz und schieße einfach Und treffe mich lang Oh, da liegt eine Essen-Mine Aber das ist ja für Leute, die mit richtig wenigstens gehör Mit richtig wenigstens Schau wie Leute für dich gehör Das ist ein Scherz So wie Leute für dich, Junge Bin ich homo No homo Deine Mutter ist no mo In slow mo Wir supporten deine Mutter Ruf an und sichere dir deinen Support für deine Mutter Ruf an und sichere deinen Support für Rovens Mutter Rovens Mutter braucht das Aber supporte niemals Roven, denn dann supportest du rechtsradikal Roven, ja, rechtsradikal Roven ist Nazi Er ist nicht mehr so oft dabei, weil er bei der NPD viele Weil er bei der NPD viele Wahlreden halten muss So Seine Rede fängt an Hallo liebe Kameraden Ich bin Roven Scheiß auf Schwarzafrikaner und alle anderen Du weißt Nein, da kriegt er mich Nein, da kriegt er mich Oh nein, Mama Roven, White Bauer Ich hab gehört, wir gewinnen wegen dir Alter Oh, jetzt bin ich gleich tot, vielleicht Oder nicht WTF Alter Ich kann aber auch aufrufen machen Hallo, ich bin Roven Achso Achso Du homo No homo Deine Mutter homo No homo Nachladen Fresst meine Granaten, ihr Pisser Gefahr eliminiert Ich glaub, das machen die nicht so gerne Schmecken Nein, die schmecken aber, ja Die schmecken so, wie ein Schweizer Kracher riecht So schmecken die Nein Fuck Heißt die bei euch auch Schweizer Kracher? Nein Wie dann? Was denn jetzt überhaupt? Kracher, diese Knaller, wo du mit der Reibfläche Anzündest, die du wegwirfst Ach du Scheiße Keine Ahnung, wie du jetzt weißt Wir sagen Schweizer Ihr seid ja auch Voll die Schweizer Krieg dich Fühlt sich beleidigt, wenn ich zu dir Schweizer sage Ja, ich kenn Schweizer Und den magst du nicht? Doch Aber? Das mag ich jetzt nicht sagen Alles klar Danke fürs Zugucken Ich und Marvin wünschen noch schönen Tag Guten Morgen Guten Abend Mahlzeit Schönen Brunch Schönen Lunch Und tschö tschö Und viel Spaß mit Ruhens Marm Tschö tschö Schönen 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 Schönen